Du weißt, wenn mir jemals irgendwas passieren sollte, die Kinder könnten dann einfach mit Duncan im Key House leben. Was ist mit Dad? Lauf! Lauf! Was ich in den Sommerferien erlebt habe. Von Bodhi Locke. Über 200 Jahre ist es hier, als Key House errichtet wurde. How? Ist das Haus wirklich schon so alt? Wir taten so, als wären die Türen im Key House magisch. Und wenn man durch sie hindurch ging, verwandelte man sich irgendwie. Vielleicht sehe ich ja, wenn ich das nächste Mal tot bin, den Gast von Dad. Schlüssel! 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 Vielleicht wollte Dad uns die Chance geben, herauszufinden, wie sie funktionieren. Vielleicht kann man mit ihm gegen das vorgehen, was da draußen ist. Findet den Schlüssel zum Brunnenhaus. Die Frau aus dem Brunnen wird dich holen. Ich werde euch alle holen. Ich habe keine Angst, sich zu töten. Lass endlich meine Familie in Ruhe. Dieses ganze Dreckshaus soll brennen. Ich werde einen Schlüssel haben, der mich zum Gott macht.